Tschö, Mühchen. Moment, tschö, tschö. Oh ja, halt getroffen. Hast du den jetzt geschnitten? Ja, aber du sagst, sie sind so lang, die sind nicht mal lang. Blutet der? Ja, ein bisschen. Ganz wenig. Der Arme ist nie quält. Wenn du sagst, sie sind lang, ist ja noch nicht zum Schneiden. Ja, dann ist doch okay. Seht ihr jetzt nicht meine Brülle. Mit Brülle? Ja, das schneidet nicht.